Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023. Wir starten rein in die Tour de France und zwar mit dem folgenden Line-Up, das ihr hier sehen könnt. Für die Gesamtwertung unsere Nummer 1 ist Primoz Roglic, unterstützt von Jai Hindley, Dani Martinez, Sergio Igita, Lennart Kemner, Max Schachmann, Marco Haller und Dani van Poppel. Ja, das Primärziel ist der Tour de France Gesamtsieg, vorzugsweise mit Roglic, aber natürlich ist auch Jai Hindley durchaus eine Option. Ansonsten, Lennart Kemner wird seine Freiheiten bekommen, vielleicht gehen wir auch mal mit anderen Fahrern noch in Ausreißergruppen. Nur der Sieg zählt, Podium ist das absolute Minimum, aber wir wollen gewinnen und auf dem Weg, ich sag mal so 4-5 Etappen gewinnen, das ist ja die Vorgabe. Und es könnte auch direkt am ersten Tag direkt siegreich losgehen, denn wir haben eine hügelige Etappe mit einem punchigen Finale, also perfekt eigentlich für Roglic. Gucken wir doch mal parallel kurz, wer für die Konkurrenz so dabei ist. Beim Giro hatten wir ja von Wispa Lease-A-Bike, Sepp Kuss, Jonas Wingega und hier in Eutebrooks. Und wie ihr hier seht, die Nummer 1, Wingega ist hier auch wieder am Start. Mal gucken, ob er das Double schaffen kann. Wingega da der Kapitän, Evenepul für Sudal, Van der Poel für Alpecin, Ineos mit Gunnar, Ahrensmann, Bernal, Pitcock, Carlos Rodriguez für Pogi, für UAE, Pogi, Almeida, Ayuso, Adam Yates am Start, also auch ein krasses Team. Maas, Jakobsen, Carapaz, ihr seht es hier, also die größten Namen sind hier eigentlich am Start. Und bei Wismar sogar einige mit einer Doppelschicht, Benot, Kuss und Wingega, halt mir da direkt ein, die bereits auch den Giro gefahren haben. Wir sind auf den letzten 15 Kilometern, geht jetzt noch so ein bisschen hoch und runter. Die Schlusssteigung, hier seht ihr es unten raus, ein bisschen steiler, 11,5. Durchschnittlich aber nicht mal ganz 6 Prozent, bei einer Länge von knapp 3 Kilometern, also wahrscheinlich zu schwierig für reine Sprinter. Bin mal auf Clipsen gespannt, aber so ein Jakobsen und sowas dürfen wir da nicht vorne erwarten. Aber es wird jetzt auch keine Riesenabstände in der Gesamtwertung geben, wenn es denn überhaupt zum Sprint kommt. Denn hier versuchen noch ein paar, sich vorzeitig mal abzusetzen. Wir hatten natürlich auch eine Ausreißergruppe, wie üblich. Wir haben mal hier ein paar Bergpünktchen eingesackt, aber war jetzt nicht so mega der Rede wert. So, und dann geht es gleich auch schon rein in die Schlusssteigung. Vorne haben wir immer noch welche, oh mein Gott, Van der Poel und Pogacar, die sich da gerade abgesetzt haben. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Was ist denn hier passiert? Da müssen wir natürlich dann jetzt mal kurz eingreifen, bevor uns das noch böse aufstößt. Bevor wir jetzt da in die Steigung reingehen. 99 von Marco Haller. Du scheiße, Alter. Das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. So, Haller, gehen wir aus dem Weg. Martínez geht jetzt rein in den Anstieg mit einer 95. Vorne haben wir Tejada, Alaphilippe, Lafaye. Mal gucken, wie viel Power Van der Poel und Poggi noch haben. Wir sind jetzt auf den letzten eineinhalb Kilometern. Ja, Pogacar ziemlich am Limit. Pogacar am Hinterrad von Schachmann. Wir haben einen kleinen Abstand zum Hauptfeld, aber jetzt auch nicht mehr so mega den Kick. Pogacar kurz am Hinterrad, kann er dann vorbeiziehen. Van der Poel gewinnt hier tatsächlich. Pogacar auf der 2. Scheiße, Alter. Ja, was für ein Lapsus. Wir distanzieren zwar das Hauptfeld, aber habe hier echt ein bisschen geschlafen, muss ich sagen. Van der Poel und Pogacar, hätte ich eigentlich erwartet, könnten den Sprint hier ohnehin gewinnen. Haben sich da aber nochmal kurz vom Acker gemacht, schon vorher. Und zwar hier an der Stelle, bei 13 Kilometern. Ja, da wo ich gerade so ein bisschen geredet habe. Hier ist jetzt die Lücke richtig aufgegangen. Wo wir mal nicht so ganz auf dem Gas waren. Und da habe ich echt nicht damit gerechnet, dass diese beiden Big Guns à la Philippe auch, dass die da mit dabei waren. Scheiße. Naja, passiert. Wir müssten ein bisschen Leergeld zahlen, aber haben auch schon mal eine halbe Minute auf viele andere Fahrer hier rausbekommen. Zum Beispiel Wengegar. Also Wismar sah hier ein bisschen alt aus. An Art hat man auch weit und breit nicht gesehen. Ebene Poel auch nur auf der 20. Ja, also wir waren nicht die Einzigen, die da ein bisschen überrascht wurden. Ich hatte eben mal von Jasper Philipsen gesprochen. Der ist tatsächlich gar nicht dabei. Hier seht ihr mal rechts die Verletztenliste. Also ein paar Leute, die bestimmt bei der Tour am Start gewesen wären. Philipsen, Merlier, Pedersen. Alle nicht dabei. Ja, zweite Etappe. Müde Britannien. Ziemlich ähnlich wie eben. Diesmal sind wir da aber mehr auf der Route. Da werde ich für sorgen. Und ich glaube, der Schlussanstiegen ist ein bisschen steiler. So, diesmal machen wir das mal ein bisschen anders. Und zwar setzen wir uns schon 25 Kilometer vorm Ziel. Hier an die Spitze des Feldes. Vorne haben wir noch drei Ausreißer. Die werden jetzt aber quasi eben mal zugefahren. Wir haben nämlich hier, vielleicht erinnert sich doch der ein oder andere daran, Mathieu van der Poel, hatte die gewonnen, diese Etappe. Und da gab es auch schon eine vorzeitige Überfahrt. Also ähnlich wie bei der Mauer von Hui, bei Flash, hat man hier auch die Müde Britannien. Nicht nur als Schlusssteigung, sondern hier vorher quasi schon mal eine Schlussrunde. Jetzt haben wir die Ausreißer eingeholt und sehen zu, dass wir hier jetzt schon mal so eine kleine Vorselektierung beginnen. Am Ende der Straße sieht man hier, zack, ab hier, bam, geht es hoch in die Mauer rein. Und da machen wir schon mal so einen kleinen Vorwaschgang mit unseren Jons. Um den ganzen Laden schon mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, würde ich mal sagen. So hat man schon mal einen kleinen Ausblick, wie das hier auch am Ende aussehen wird. So, wir haben das Hauptfeld schon mal geteilt. 22 Mann, die hier nur noch folgen können. Groves war da noch dabei als Sprinter. Könnte natürlich hier jetzt auch richtig aufs Gast treten. So, noch mal ein Anstieg. Nehmen wir mal mit Kemner raus. Ich habe auch eigentlich für die Gesamtwertung eh nicht mehr übrig bleiben. Und Igita geht jetzt hier in diese kleine Abfahrt rein. Dann haben wir noch Schachy, Hindley, Vorglitsch, Martinez, Van Poppel sogar noch am Hinterrad. Jo, 21 Mann. Und dann erst mal ein Abstand. Noch knapp 4 Kilometer. Und jetzt geht es gleich rund. Wir opfern hier alles, was wir irgendwie noch an Manpower haben. Und, oh, da ist gerade ein Loch gerissen. Van der Poel kann nicht folgen. Versucht da jetzt nochmal ranzukommen. Dahinter. Jo, okay. Konnte man hier jetzt überhaupt nicht das Tempo von Bora mitgehen. Können wir uns gleich nochmal anschauen, was da passiert ist. Van der Poel auf der rechten Seite. Aber der wird das doch nicht durchhalten. Nein, das sieht super für uns aus. Ich weiß, so eine Art von Finish in PCM. Kann man sich drüber streiten, dass das zu einfach ist. Aber wir nehmen das Ding mit. Das wird schon noch schwer genug werden am Ende. Dieser Rundfahrt. Hey, Hindley, jubel doch auch mal hier. Bam, dreifach Sieg. Roglic mit dem ersten Win. Dann kommen Van der Poel, Schachmann, Kogacar. Ungefähr 20 Sekunden Abstand. Dieses Feld mit den meisten GC-Fahrern. Wobei wir hier auch Carapaz, Ayuso, Thomas, die noch weiter hinten sind, haben. Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt, wenn man mal ehrlich ist. So, hier Tempo gemacht. Auch da. Ja, okay, ihr bleibt alle am Hinterrad von Van Poppel. Ich habe jetzt nicht absichtlich mit dem gebremst. Na gut, also wenn die KI manchmal auch so dumm ist, klage jetzt noch nicht mal daran, dass ich besonders schnell gefahren bin, sondern einfach nur, dass die geschlafen haben. Aber naja, so wie ich eben auf der ersten Etappe. Und dann konnten die das Loch hier halt nicht mehr schließen. Pogi und so weiter. Das bedeutet, unterm Strich, Roglic gewinnt die zweite Etappe. Und wir holen uns natürlich auch die Führung. Evenepool und so weiter. Schon jetzt zweimal ungefähr eine halbe Minute. Also macht insgesamt eine Minute. Rausgefahren. Carapaz schon 1,35. Thomas zwei Minuten zurück. Und das nur bei zwei so hügeligen Etappen. Das haut natürlich schon rein. Naja, beim Tyro hatten wir aber auch frühzeitig das Führungstrikot. Jetzt noch 19 Etappen verteidigen ist der Plan. Aber wir haben hier natürlich auch ein krankes Team. Für die Gesamtwertung. Roglic jetzt schon im Formhöchepunkt. Da bin ich ein bisschen früh dran bei einigen Fahrern. Ja, von daher bin ich mal gespannt, ob das am Ende noch problematisch wird. Etappe 3 ist jetzt erstmal was Flaches. Das vielleicht kann Van Poppel da mal reinhalten, aber wir fahren jetzt keinen kompletten Sprint an. Komplett in gelb. Geil, ne? Ja, das gelbe Trikot. Das rosa, ne? Beim Dio finde ich auch geil. Eigentlich sind alle Führungstrikots geil, aber das gelbe hat nochmal was ganz Spezielles, ne? Marco Haller in seinem Meistertrikot. Der Österreicher sieht auch ganz schick aus. Der darf natürlich erstmal das Feld anführen hier. Gucken wir mal. Aber ich denke, die Sprinterteams wollen es hier eh zum Sprint kommen lassen. Mir ist das eigentlich Latte, der hier ausreißen will. Wir hatten vorne nur zwei Ausreißer. Das war ganz dankbar, das zu kontrollieren. Und jetzt geht es hier an die Sprintanfahrt. Ihr seht es, bei anderen Teams müssen sogar Fahrer wie gegen Hart, Schikone, Sepp Kuss hier sogar mit anfahren. Ich versuche mal, ob ich mit Hilfe von Marco Haller hier als kleiner Pilot von Poppel irgendwie in eine gute Ausgangslage bringen kann an ein gutes Hinterrad. So, drei Kilometer. Ja, bislang sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. So, dann legen wir mal selber los. Sind jetzt nicht unbedingt an dem Hinterrad von einem Sprinter, aber schlechter ist das mit Meos auch gar nicht unbedingt immer gelaufen. Jakobsen gewinnt hier vor Gaviria. Ackermann von Poppel, aber relativ competitive auf der 6. Also idealerweise, wenn wir sowas mal machen, möglichst Ressourcen schon, vielleicht mal ans Hinterrad. Ja, von Jakobsen oder so müsste ich mir dann mal suchen. Aber ich fand das vor gar nicht so schlecht. Jakobsen holt sich somit auch die Führung in der Punktewertung mit 65 Zählern. Vor Van der Poel und Pogacar. Ja gut, aufgrund der ersten beiden Etappen. Bergwertung, noch nicht so aussagekräftig. Da liegt Roglic gerade in Front. Auch die vierte Etappe ist wieder was für die Sprinter. Wir sind auf den letzten 7 Kilometern und schauen mal, dass wir hier wieder mit Marco Haller Dani van Poppel in eine ganz gute Ausgangslage bringen. Jetzt wäre das doch eigentlich mal hier ganz gut. Switchen wir doch mal so rum. Hallo? Da könnte ich hier vielleicht mal das Hinterrad von Van Poppel blocken. Versuchen wir das doch mal so rum. Van Poppel surft hier bei Jakobsen mit. Wir sind am Hinterrad von Jakobsen. Ich stelle mal noch den Einsatz ein. Zack. Dege zieht den Sprint an. Wir versuchen Jakobsen zu folgen, so gut es geht. Und dann jetzt noch mal einen drüber zu geben. Und, oh, Van Poppel. Gar nicht so schlecht, mein Junge. Molano siegt vor Milan. Jakobsen schafft es ja auch nur auf Platz 6. Wir werden Siebter. Ja gut, diesem initialen Antritt von so einem Top-Sprinter wie Jakobsen zu folgen ist schwer. Aber ich bin zufrieden. Also das sollte ich vielleicht so öfter mal machen. Auch mit Top-Sprintern. Aber vielleicht kann ich das mal selber als kleine Practice-Einheit hier nutzen. Denn hier habe ich ja auch keinen Druck, dass wir mit Van Poppel hier keine Sprint-Etappe gewinnen. Wäre jetzt kein Wunder. Ist jetzt auf jeden Fall nichts, womit wir einplanen könnten. So. Das Ronkel zu seinem Formhöhepunkt schon hat, kann man vielleicht für die dritte Woche blöd finden. Auf der anderen Seite fast 26 Kilometer flaches Einzelzeit fahren. Schon an Tag 5. Und da einen Formhöhepunkt zu haben, bietet sich auch schon mal an. Denn da könnten wir natürlich schon sonst im Hintertreffen liegen. Also, ganz ehrlich, gut, mit Gunner und Remco können wir vielleicht nicht mithalten, aber ich will sehen, dass wir mit Roglic hier Wingegaard zum Beispiel Zeit abnehmen. Gerne auf Pogi. Also, wir sollten unser gelbes Trikot eigentlich behalten können. Das ist das Ziel, definitiv. Wir starten hier direkt ins Zeitfahren mit Kemner und Igita rein, weil mit den beiden wir schon mal absichtlich ein bisschen Zeit kassiert. Habt ihr vielleicht schon gesehen auf den letzten Etappen, damit wir da vor allem mit Lenny mal in eine Ausreißergruppe gehen können. Aber dann kann ich die hier schon mal so als Testobjekt fürs Zeitfahren nehmen. Es sind zwar so kleinere Wellen drin, aber wirklich nicht der Rede wert. Man kann also schon von einem flachen Einzelzeit fahren sprechen. So, mal gucken, weil es nicht optimal mit Kemner erstmal natürlich die Bestzeit als einziger, der im Ziel ist. Mal gucken, was für eine Duftmarke wir hier setzen können. Ganz am Ende geht es dann auch Schlag auf Schlag mit unseren Jungs. Martinez, Schachmann, Hindley, Roglic. Bis dahin sollte ich einigermaßen wissen, was ich hier tue. Bevor wir gleich noch zu unseren Fahrern kommen, will ich mal gerade ein paar Fahrer aufnehmen, die durchaus theoretisch in der Gesamtwertung hätten interessant sein können, aber ist hier bei der TDF glaube ich definitiv nicht Sinn. Zum einen Sepp Kuss, schon fast neun Minuten zurück. De Plus gut, wahrscheinlich meistens auch nur Helfer, ja, aber bei so einem Giro kann der auch schon mal aufs Podium fahren. Auch fast so weit zurück. Gleiches gilt für Almeda. Klar, da ist wahrscheinlich auch Pogi die Nummer 1, Ayuso haben die noch, aber Almeda anscheinend auch gar nicht in Form hier schon neun Minuten verloren bei der Tour in den paar Etappen. Gleiches gilt auch für Bernal und auch für Thümen Ahrensmann. Also auf die wollte ich mal eingehen, die haben sich jetzt eigentlich echt schon nach noch nicht mal einer Woche voll distanziert. Hier, gleich der nächste, Adam Yates auch. Guckt euch mal die Werte an und der hat schon sieben Minuten verloren, Alter. Und noch einer, Carlos Rodriguez, fast sechs Minuten, auch Berg 80. Also ja, natürlich können die alle in der dritten Woche noch kommen, aber mit dem Abstand, ich will nicht sagen, wir haben schon gewonnen, aber wir haben schon fast gewonnen. Nee, Spaß beiseite, so extrem ist es jetzt noch nicht, aber ich habe schon einige gefunden, habe ich euch gezeigt, außerdem noch Ayuso, auch fast vier Minuten, Jack Haig, würde ich jetzt nicht als Tour de France Sieg-Kandidat ansehen, aber trotzdem, auch fast vier Minuten, Wingegar, okay, der hat schon den Dio in den Beinen, auch vom Formen-Höhepunkt kann ich mir vorstellen, wenn er den mit Höhepunkt gefahren ist, dass er hier vielleicht bei der Tour erst in der dritten Woche richtig aufkommt, also der hat auch nicht die besten Voraussetzungen, aber auch der hat schon über zwei Minuten verloren, was ich damit sagen will, ich glaube wirklich, die, die jetzt in den Top Ten sind, gehen wir die mal durch, unsere Jungs starten auch bald, ich glaube wirklich, man kann jetzt schon sagen, einer von denen wird auch gewinnen, weil andere schon so weit zurück sind, Simon Yates, Henrik Maas, Goddue, der wird heute bestimmt auch ordentlich verlieren, müsste eigentlich so sein, Van der Poel, der wird noch rausfallen, hier im Berg-Trikot heute, aber dann natürlich Remco Evenepoel, bin ich jetzt auch nicht unbedingt als Sieg-Kandidat, der 77 Berg, war auch schon mal schlechter, ich glaube, das ist schon ganz ordentlich so, jetzt kommen wir bei die Top 5, fangen wir mit so einer 79 an, Martinez, Schachy auch noch super platziert, ich meine, solange er kann, werde ich mit dem jetzt auch ein gutes Zeitfahren hinschmettern, der wird aber natürlich nicht auf Platz 4 bleiben, so, aber dann gibt es natürlich noch Pogi, ich glaube, der ist tatsächlich mit Abstand unser größter Konkurrent, aber da ist dann natürlich der Plan mit Hindley und Ronclet im Duo, den Probleme zu bereiten, sage ich mal, können wir auch mal gucken, wie sieht es denn zeitlich so aus, Wout van Aert aktuell im Ziel als Erster mit einer 28,51, gut, gewinnen müssen wir auch nicht unbedingt, Martinez knapp eine Minute jetzt zurück bei der ersten Zwischenzeit, wenn man sich da mal die Zeitabstände anguckt, ja, das ist schon ein bisschen weiter weg, Remco hat hier bei den ersten beiden Zwischenzeiten Wout's Zeit um eine Sekunde unterboten, also die beiden Belgier trennt da wirklich nicht viel, Hindley mit 1,16, schafft man aber auch so ungefähr in dem Bereich, gucken wir mal bei Roglic, 45 Sekunden, ja, aber das muss halt noch nichts heißen, je nachdem, wie man sich das eingeteilt hat, ich muss hier am Ende aber noch mal ein bisschen aufdrehen, damit wir jetzt hier nicht mit zu viel Power auf die letzten Meter kommen, Martinez, 17er, so mega viele kommen ja nach dem auch gar nicht mehr, also das denke ich ganz passabel, Schachmann kann hier noch etwas mehr rausholen, Hindley muss jetzt auch mal ein bisschen beschleunigen, Schachy auf der 23, Remco mit der besten Zeit im Ziel, Ja, scheiße, mit Hindley bin ich jetzt ein bisschen, oh fuck, Hindley zu sehr übers Limit gegangen, wollen wir jetzt mit Roglic mal vermeiden, Hindley am Ende 2 Minuten 15, okay, ist jetzt auch nicht der beste Zeitfahrer, ja, Roglic müsste deutlich besser sein, ja, 1,11, passabel, aber jetzt nicht unbedingt gut, wir verlieren 1,11 auf Remco, der hatte glaube ich um eine Minute Abstand, ey, der hat sich tatsächlich das Gelbe geholt, zumindest hat er uns geschlagen, Hogi nur 3, 4 Sekunden vor Roglic, das passt schon alles, ja, tatsächlich, alter, Evenepul ist im Zeitfahren einfach eine Maschine, ne, kann man nicht anders sagen, also ein bisschen besser hätte schon sein dürfen, auch mit einem starken Zeitfahren, alter, sonst bin ich eigentlich zufrieden, ja, wenn wir mal gucken, Martini ist auch ganz ordentlich, also das, Hindley, der war zu schwach, aber den Giga jetzt hier auch nicht so überragend, also, wir haben schon, wenn man mal anguckt, den Abstand auf alle anderen, der ist ziemlich groß, Rogi natürlich mittendrin und Remco durch dieses Zeitfahren auch jetzt voll nach vorne geschossen, weiter geht's auf der 6. Etappe, die ist ebenfalls flach, so wie auch das Einzelzeitfahren, aber windanfällig, ihr seht's hier an unserer Formation, ich hab mich hier mal nach vorne gesetzt, weil Jumbo hat schon ein bisschen draufgetreten, äh, Wismar, fast 40, haben wir hier an Windgeschwindigkeit, da kann's also auch wieder Abstände im Gesamt-Klassement geben, holy shit, alter, da haben schon einige Leute jetzt so früh Probleme, Pogacar, Kuss, alter, hier könnte es schon reißen, sogar nur 85, ich leg das jetzt nicht völlig drauf an, und die gelben waren eigentlich angefangen, doch, die jetzt nur, wir müssen uns auch mal vorne platzieren, damit wir nicht im Hintertreffen sind, aktuell immer noch richtig Wind drauf, das Feld verkleinert sich immer weiter, wir haben jetzt 20, knapp 20 Kilometer vorm Ziel nur noch 18 Leute, Haller fällt hier zurück, alter, was ist da für eine Lücke aufgegangen, Rodriguez, Van der Poel, Yuen, Gana, Vogelsang, Pogacar, da ist er, der hing ja schon ganz früh in den Seilen, auch schwache Teamunterstützung, jetzt fährt man hier auch überhaupt nicht nach, komm, da kann ich auch nichts für, wenn ihr so in den Lumpen seid, und hier, guckt euch das mal an, die Verrückten haben sie hier nochmal zu dritt abgesetzt, also Bora ist nicht das einzige Team, was hier auf Wind steht, Roglic im Bergtrikot, ja ganz ehrlich, das sieht irgendwie hässlich aus, das passt nicht zu dem, das müssen wir wieder loswerden, ich hab nichts dagegen, dass er führender in der Bergverertung ist, wo ich was dagegen habe, ist, dass er das hier nicht anhat, ja Remco ist natürlich, um mal Garen Thomas in echt zu zitieren, kleiner Bastard, natürlich, lieb gemeint, er kann sowas, so, wir heizen hier mal alle der Reihe nach durch, Alter, noch 13 Mann, Jakobsen und Kev, wir haben Tyson, oh, Remco, hier am Ende, es verbleiben immer weniger, ich dachte, das wäre gar nicht mehr so schlimm in PCM, also das waren den Vorgänger teilen mit dem Wind so extrem, ich hatte das hier jetzt schon länger nicht mehr, muss ich sagen, aber nun gut, Van Bale, Laporte, Van Aert, Tyson, alles, äh, belgische Spezialisten, oh, Tyson mit Problemen, und ein paar Kilometer später sind nur noch Dylan Van Bale und Walt Van Aert übrig, oh mein Gott, natürlich könnte ich jetzt, theoretisch könnten wir auch angreifen, weil im Sprint, äh, gewinnt, Waut vielleicht, aber ich versuche jetzt, gehe jetzt einfach mal ehrlich gesagt davon aus, dass unsere Teamstärke so überragend ist, dass wir die eh platt machen, also so confident bin ich da mal und, ja, fallen auch vom Hinterrad zurück, alter Schwede, das ist ja mal wieder so easy, naja, aber ich muss sagen, gerade auf YouTube, ich habe die Tour noch nie gewonnen, ich glaube nicht, dass wir die nachher mit 10 Minuten Vorsprung gewinnen, ich will es auch nicht jinxen, aber solange wir jetzt hier ordentlich absahnen können, machen wir das auch, Anglic vor Hindley und Martinez, genau in der richtigen Reihenfolge, noch ein paar Bonus-Gekündchen, eine Minute, Abstand auf die, und danach, alter Schwede, wir werden die anderen hier Zeit fressen, Evenopul kommt noch mit fast 3 Minuten Abstand rein, krass, dabei ist der noch mit am längsten dabei geblieben, Simon Yates knapp über 4, ja, in der Gruppe ist auch Pogacar mit dabei gewesen, so, alter Schwede, das ist ja, das ist ja abartig, ich glaube, wir brauchen mal ein paar große Berge, so kann das natürlich nicht stehen bleiben, das ist ja lächerlich, das ist ja ein Witz, vor der Vierfachführung, ist zwar kein Hochgebirge, aber es geht zumindest mal leicht, kügelig, auf der siebten Etappe weiter, da bin ich auch genau wieder unser Ding, ne, also wer soll, uns da schlagen, keiner, so, ich versuche hier mal zweigleisig zu fahren, und zwar, Leonard Kemner, das war ja das Versprechen, der kriegt hier seine eigene Chance, der Gesamtwertung ist, theoretisch, wir haben schon so eine Abstände in der Gesamtwertung, ist mir noch Latte, ob die an die Ausreißer geht, die Etappe, aber wenn, dann darf Lenny da natürlich auch nicht fehlen, jetzt haben wir hier schon eine relativ große Gruppe, die sich da anbahnt, alles schon recht weit weg, aber, ne, fällt es nicht einverstanden, ansonsten fährt natürlich wieder Marco Haller hier auf Kontrolle, so, wir versuchen es mal nochmal, ne, keine Chance, Kemner darf nicht in die Gruppe, da haben die anderen Top Teams was dagegen, also, gucken wir mal hier drauf, keine Gefahr, also, für uns Latte, Haller, und Van Poppel machen hier ihren Job, wir blicken mal, also, die werden Führung fahren, aber anscheinend sind auch andere Teams da interessiert, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, ist zwar eher hügelig, ja, aber wir haben hier, insbesondere, diesen und auch den vorletzten Anstieg, der kurze steile Stücke, da kann man dann auch mal ganz guten Schaden anrichten, wie man hier schon in der Ausreißer Gruppe sieht, also relativ steil, und deswegen, ja, fahren wir da jetzt auch mal mit unserem Team drüber, die Ausreißer Gruppe, so siebt, wobei die jetzt auch sich ein bisschen zerteilt, noch ungefähr zwei Minuten in Front, wir brauchen jetzt nicht unbedingt den Etappensieg, aber auf so einem Terrain, wenn ich auch viel gemacht für Rocklisch, und, ja, solange wir noch Zeit rausholen, und Etappen gewinnen können, sollten wir, denke ich, das auch versuchen, jetzt hier noch nicht all out gehen, aber zwei Ausreißer können wir schon mal einholen, und ich glaube, das fällt hier auch mal ein bisschen zerkleinern, noch immer fast zwei Minuten Abstand, jetzt hat sich hier Sepp Kuss auch mal nach vorne gesellt, will da ein bisschen Gas geben, jetzt wird's allmählich gleich wieder etwas steiler, Attacke von Jan Trattnig, nein, doch nicht, das hätte mich jetzt auch gewundert, eineinhalb Minuten noch auf die letzten vier Ausreißer, jetzt so sechs, sechseinhalb Prozent, kurze Abfahrt, und dann kommt das steilste Stück, da können wir gleich mal reinbrettern, theoretisch, ja, könnte ich auch mal auf so einer Etappe, vielleicht mit einem eine Attacke starten, aber solange wir so viele, weit vorne in der Gesamtwertung haben, ist das glaube ich auch irgendwie doof, so, Alter, die Ausreißer bleiben ja quasi stehen, und wir, geben jetzt hier richtig Gas, Schlachi kann auch mal rausnehmen, der muss auch nicht vierter in der Gesamtwertung bleiben, 500 Meter noch bis oben, Kemna verausgabt sich hier als loyaler Helfer, und dann gehen wir da mit Hindley, Roglic, Martinez drüber, einige Leute am Hinterrad, gibt es da vielleicht gleich noch Abstände, ja, es geht, also 40 Mann plus minus sind hier jetzt angeblich noch dabei, jetzt nochmal eine kurze Steigung, und dann geht es so wellig in Richtung Ziel, ich möchte jetzt Jai Hindley aber auch nicht verlieren, von daher, ja, gehen wir jetzt mal nicht komplett Vollgas, ja, wobei, wenn das sein muss, dann kann der auch dran glauben, wo es forciert das Tempo, bleiben wir mal mit Martinez hier drauf, Windley kann sich ein bisschen hinten wieder einreihen, ja, ich denke, das wird ein Sprint, gleich, so leicht ansteigende Zielgerade, Udu und Pogi versuchen sich hier jetzt abzusetzen, aber, das kriegen wir mit Martinez, glaube ich, ganz gut kontrolliert, nehmen wir jetzt mal, ja, so einen Tacken wieder raus, können uns eigentlich gar nicht erlauben, Simon Yates setzt sich hier nochmal ein paar Meterchen ab, ja, tatsächlich ist Roglic gleich mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, für die letzten Meterchen, hätte ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, Simon Yates, oh, letzte Kurve, ich glaube, wir müssten mal langsam loslegen mit dem Sprint, scheiße, kommen wir da noch an Yates ran, Roglic hier mit ordentlich Speed, aber ich befürchte, da kann uns noch jemand übersprinden, jo, Baut van Aert ist natürlich auch noch dabei, Remco ebenfalls, wir werden nur vierter, ja, der Martinis und Hindley, oder auch vielleicht die anderen davor, nicht lange genug durchgehalten, vielleicht habe ich auch erst zu viel Gas gemacht, aber ich dachte, wir werden noch ein paar mehr Leute los, naja, also kein Etappensieg, trotz viel Investment, ein paar Leute hier zeitlich wieder distanziert, aber gut, die spielen eh schon keine Rolle mehr, die meisten, kurzer Blick aufs Ergebnis, Platz 26 gibt es dann auch Abstände, die Gesamtwertung sieht nur wie folgt aus, Schachmann fällt hier zurück, aber der kann sich vielleicht später auch noch mal hier unter Beweis stellen, oder bei der Vuelta mal sehen, jo, Resümee nach der ersten Tour de France Woche, ihr seht es, Gesamtwertung, Podium, Lockout, komplett in Bohrerhänden, aber, das kann sich schon noch ändern, ich hoffe, es wird auch noch ein bisschen mehr competitive, ganz ehrlich, so, überlegen hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt, zwei Etappensiege haben wir, durch Primoz Roglic, einmal auf der zweiten, das war die Mürde Britannia, nachdem wir auf der ersten ein bisschen gepennt haben, und dann eben diese Windetappe, ganz so repräsentativ vielleicht, aber, da kommt natürlich auch noch einiges im weiteren Verlauf der Tour de France auf uns zu, ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt, Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023, bis dahin macht's gut, ciao! Ciao!